Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch im Gefängnis, der Server hat neu gestartet. Der Mocky ist leider in Kälm. Ich bin draufgegangen und bin in Kälm gespawnt, genau. Und wir sind alle noch hier, wer ist jetzt wo? Das ist die Frage, weil nach dem Restart ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Zweite Etage bin ich, mit einem Dämmus zusammen. Ich bin in der ersten. Ich bin ganz oben gerade gewesen. Gehe jetzt runter in der erste. Ja, von welcher Seite kommst du? Von der Treppe vor dem Eingang oder von der anderen Seite? Ungefähr höher vom Flur bin ich gerade. Die suchen AK Magazin. Okay. Wenn einer eins findet... Ich renne mal rüber, da wo wir den erschossen haben vorhin. Mal gucken, was da liegt. Da liegt doch nichts auf der Seite. Na ja, mal schauen. Ich, also für meine Freunde, die das hier jetzt gucken werden, ich werde es aufnehmen. Wenn was Spannendes passiert, dann lasse ich es auf jeden Fall drin. Ich bin euch überhaupt nicht böse, wenn er jetzt bei Basti gucken geht oder so. Obwohl ich Basti überhaupt nicht mag. Er hat es überhaupt nicht verdient, wenn er jetzt bei ihm gucken geht. Aber da ist es halt jetzt echt spannender. Ich werde mich schnellstmöglich... Ich werde mich jetzt schnellstmöglich hier ausrüsten und dann renne ich in die Richtung. Aber ja, werde der Konfrontation trotzdem entgegen gehen. Mal gucken, was passiert. Na, ich würde sagen, wir looten hier alles, was geht. Und dann versuchen wir uns auch irgendwie wieder zu verpissen. Wer ist das? Wer ist hier? Ich erst. Ja, ich habe alles voll. Ja, hier liegt eine Pumpe. Wurde die für dich vielleicht, ganz interessant. Die ist schon drin? Ja, ja. Ja, die ist diese komische, ne? Ne, die hat nur, ähm, zwei Dinger immer im Lauf, glaube ich, ne? Oh, eins höher ist auch nochmal schön. Da gibt es auch eine ganze Menge Essen. Und Trinken. Kein AK-Magazin, ey. Das ist scheiße. Der andere, den wir erschossen hatten, der hatte eine AK voll equippt. Das war richtig lecker. Aber... Den konnten wir leider nicht mehr looten. Also wir hatten gerade im Off auch nur so eine Vermutung, warum ich so schnell gestorben bin. Und zwar... Ähm, da er das Server neu gestartet hat, hat er mich gleich für tot erklärt, ohne dass... Ja, irgendwer noch was machen konnte. Deswegen... Hm, blöd vom Server. Hätte man noch ein paar Minuten gewartet. Ja, blöder Server. Ich werde den Betreiber anschreiben, das kann nicht so weitergehen. Ich glaube, wir haben eigentlich den Betreiber vom Server gerade gekillt, aber... Glaubst du? SKS, Muni? Ja, ich glaube, das ist so meine Vermutung. Ach, okay. Ja, doch. Bin jetzt ganz unten wieder. Jemand SKS, Muni? Ja, damit brauche ich. Ich habe SKS. So, hier brauchen wir auch jetzt. Hier nicht noch eine AK... Kommt eine große AK-Licht hier rum. Zeig mal, wo denn, wo ist... Ganz unterste Etage, da wo normalerweise der Essensraum ist. Du bist gerade vor mir weggelaufen. Ja, rechts. Da oben ist eine Scheune, Freunde. Ich guck mal, ob da ein Sack vielleicht rumliegt. Anders, anders rechts. Hier. In Ecke. Aber wie gesagt, ohne Magazin. Hat jemand Interesse an einem Mosi? Hier auch noch einen abzugeben. Also Mosi mit... Mal rüber rennen. Du hast doch schon die AKM, oder nicht? Ja, guck mal in die Polizei rein. Da ist vielleicht ein besseres Zeug, aber... Ja, aber ich will die Mosi abgeben. Mit zwei Waffen, das geht immer schief bei mir. Hast du nicht die AKM genommen? Ja. Aber wer will die Mosi geben? Aber mit zwei Waffen geht's bei mir immer schief. Ja, mach nicht so einen Quatsch. Also frage ich, ob jemand Interesse hat an der Mosi? Nein. Mit Kompensator... Oh, nicht noch kein Magazin, ne? Ich nehm da mal mit. Dann lass die Mosi liegen. Aber mach Munition und alles raus. Ja. So, ich hab ein bisschen mal hier alles andere im Blick. Ich lauf mal rüber zur Polizei. Ich hab Leuchtturmseite im Blick gerade. Da möchte ich auch hin. Ich möchte einen großen Rucksack. Ja, da gehen wir jetzt alle rüber. Ich möchte auch einen, aber ich hab jetzt hier gerade alles im Blick. Deswegen kann ich jetzt hier nicht weg. Oh, ja. Uniformhose hab ich jetzt. Achso, sind die Uniformhosen auch wasserdicht? Weiß keiner, ne? Hm. Ich glaube... Ich kann ich nix sagen. Ich könnte jetzt im Wiki gucken. Äh, die Meditale Pants auf jeden Fall, ne? Die auf jeden Fall... Oh, geil, ne Kantine. Was war das? Hier ist ein 35er Rucksack, Gudi. Wo denn? Polizei, oben. Ja, hier bin ich doch. Na, da hinten. Krass, ich seh den von hier gar nicht. Aber der ist orange. Ja. Kacke, oder? Äh, entweder brauchst du Platz oder Platz. Kannst du keine Uniformhosen haben, ey. Ist ja unglaublich. Ne, die ist halt auf der Insel eigentlich voll dem Nachteil. Du kannst zwar gut aufs Festland schießen, aber... Ja, naja, wir bleiben ja nicht länger hier, oder? Ne. Okay, die behalte ich mal für dich auf. Ja, wenn du damit rumrennen willst, äh. Ich komm auch über die Brücke rüber. Aber ich weiß halt nicht, was passiert denn, wenn du damit jetzt schwimmen gehst. Hat denn überhaupt einer noch ne Mosen an? Weil ich würde jetzt auch tauschen. Gegen die AK. Und die Rose. Okay, was hast du denn für ne Waffe? Ja, ich hab jetzt grad ne Karabinergewehr, also... Ja, dank dem Dürer, dem Mosen. Ich bin tot, hallo. Ich bin hier in Kelm. Ja, na gut, werden wir uns das nächste Mal treffen, klar. Das geht nicht. Hä, ich steht Akra-Type, Assault-Royce? Bin Polizei jetzt rein. Hast du ne Weste? Ich bin das. Brauchst du ne Weste? Ja, das ist mein Akra-Royce. Äh, ja, wo hast denn eine? Oh, ich hab... Die wollte hier grad einstecken zum Mitnehmen hier. Ja, nehm ich. Bitte sehr. Für irgendjemand, der zu braucht. Meine war ja damaged. Dann wieder gehen wir rüber und gehen dann zum... zum... zum Airfield. Beim nächsten Mal. Oh, bein ist sogar ruined. Oh, echt? Ja, ne, kein AK-Magazin. Boah, ist das hier schlecht in Kelmen. AK-74-Magazine, das sind die... ähm... ...Kupferfarben denn. Gibt jemand nen Dosenöffner? Ja. Gibt jemand nen Dosenöffner? Brauch einer? Hab ich. Ich hab nen... ähm... Ich hab nen Messer. Messer. Ja. So, seid ihr drüben noch in den Baracken? Das ist nicht der rechte Winne, oder? Ja, da bin ich. Welche? Erste, zweite, dritte? Der dritte Winne. Seid ihr jetzt alle drüben? Dann komm ich da auch nachts hin? Ja. Ich bin mir ja nämlich ein bisschen zu heikel gerade. Alleine in dem Ding. Oh, Bierchen. Trinken wir. Ich versteh nicht, warum man sich auf der Insel immer gegenseitig übern Haufen schießen muss. Ja, ich weiß auch nicht. Der hat auch gleich geschossen, ne? Ja, ja. War gesprochen nix. Ist doch mittlerweile gar kein RP mehr, ne? Nee, gar nicht. Es ist einfach nur, du siehst den Typen und dann einfach rums drauf. Deswegen hab ich auch den Typen, die ich mitnehmen wollen, der da hier im Auto saß. Der da vorhin in... Können die vorhin in die Gefinde sein? War an der Ort, Berenzino, Kostner Berenzino war doch einer. Ja. Der hat doch gesagt, halt, halt. Nee, kannst doch knicken. Du kannst ja niemandem mehr vertrauen, wenn das so weitergeht. Der Typ mit dem, äh... Wie heißt das? Mit dem Cowboyhelm? Hat der einen Cowboyhut gehabt? Naja. Ich hab da fast ein Platt gefahren. Ja, ja, wo wir halt auf dem Weg da gefahren sind, weißt du? Und der hat mal gefragt, halt, halt. Der hat gefragt, halt, halt, stopp, bleib doch mal stehen. Oder sowas. Das ist nix, hier gibt's keinen Rucksack, das kann ja nicht wahr sein. Die Frage ist, kommen wir jetzt wieder in die Autos? Nee, 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 nee. Die sind ja weg. Ach ja, bei der Restart, okay, dann müssen wir schwimmen. Okay, ich komm zu euch. Wir müssen schwimmen. Ja, lass uns alle unten, am, unten an den Hütten treffen. Ihr müsst schwimmen und dann das Feuerchen machen, weil sonst... Ihr seid nämlich schön, dass du nachläufst. Genau, genau. Ich bin jetzt schon eisekalt. Ich shake schon. Jo. Runter hier wieder zu der Fischerhütte an den Steg und dann rüberschwimmen. Jetzt sagt... Das haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht. Shotgun. Ja, warte mal. Ja. Da kommt alle runter. Ja, ich bin noch gerade in der Hütte hier... äh, in der Hütte, in der Fabrikhalle da. Oh, ein T-Shirt. Scheiße, wo waren jetzt die Shotgun-Munitionen? Okay, drüben ist noch keiner. Dennis, wolltest du mit Netze? Wolltest du die Netze haben? Ja, er guckt, der hier unten schon. Ja, ich habe jetzt die Streifen aber nicht mehr. Ich hatte ja mindestens noch vier Streifen in der... Ich habe zwei Streifen. Ja, da kannst du nichts anfangen. Er hat ja alles. Goodie, bist du hier? Ihr beide seid ja... Ja, alle vier, okay. Dann lass uns rüberschwimmen jetzt. Komm, wir gehen zusammen den Bach und... Nee, nein, du verlierst die beim Schwimmen. Habe ich schon ausprobiert. Nimm dir die, die du brauchst, auf den Rücken und die andere lass dir. Ich wollte die Mocken geben. Ja, hilft ja nichts. Du, bis wir uns das nächste Mal sehen. Es ist halt die Frage. Ich würde natürlich... die AKM ist natürlich geiler, aber... Nimm doch die ganzen Attachments raus, eine Mosel findest du schon noch irgendwann. Eben. Oder lass die Goodie die Mosel mitschleppen. Weil ich hab mal eine abgeschnittene Schotter. Ja, warte ich. Im Rücksal. Komm, lass uns schwimmen. Ansonsten, umso mehr Zeit hier ist, blöd. Naja, sehr schön, wieder sechs Minuten jetzt schwimmen. Da oder sieben. Und dann machen wir oben auf den Leuchtturm, machen wir Feuer. Dann los. Okay. Wo seid ihr denn alle? Zieh los. Dennis? Der steht hier nur rum. Ja. Scheiße, wo war denn jetzt die Munition? Das gibt's doch gar nicht. Du bist in Kelm, ja? Ich bin in Kelm und such mich hier dumm und dämlich nach dem Zeug, weil ich die Stadt einfach hasse. Kelm ist ganz schön weit. Also, die Stadt an sich ist ja ganz cool, da gibt's ja viel Loot, aber weder ein Rucksack noch, aber du kennst dich ja überhaupt nicht aus, ne? Wo hier nochmal was lag. Haben wir irgendwo in der Nähe Spots, wo wir uns ein Auto holen können oder zwei? Ja, ja, der. Ne, ne? Wieso wirklich? Wollen wir rechts zu Balota oder wollen wir links? Genau. Balota Erfelt ist er hier gleich. Balota, okay. Aber dann machen wir erstmal Feuerchen unten. Ne, gut, erst nach Balota, ne? Feuerchen. Auf dem Balota Erfelt. Ne, nicht direkt da, aber sonst ist die Chance, dass jemand anders dahin kommt. Wo ist er? Okay. Ja, wir können uns ja da auch irgendwie in ner, in ner, ähm, Gefängnis einschießen. Oh, Tuss? Oh, Tuss, hast du gehört? Ja. Ja, jemand schießt auf mich. Auf dich? Kannst du schwimmen? Ja. Aber ich glaub, das ist schwer, weil ich hab mit der Pumpe, stand ein Meter hinter dem und was hab ich denn nicht getroffen? Okay. Noch einer. Ja. Okay, der muss noch Leuchturm sein. Hatte ich getroffen? Ja. Nö. Dich? Rot? Äh, nee. Blutest du? Ja. Schwimmen weiter, ist egal. Oh, ich bin tot. Oh Gott. Ich bin tot. Und wo schießt denn jemand? Leuchtturm, hinter uns. Ihr könnt auch im Wasser so wackeln, ne? Ja, mach ich die ganze Zeit. Unconscious. Oh Gott. Im Wasser unconscious, das kannst du eh vergessen. Oh, jetzt zieht auf mich. Ist nicht wahr. Tja, grandioser. Einmal die Insel überlebt. Einmal. Jetzt noch. Ich und du. Müllers Kuh. Das hatte ich auch gerade. Müllers Esel. Aber entweder bin ich schon, entweder bin ich schon weit genug weg oder der schießt nicht mehr. Der schießt auf mich jetzt gerade. Ich habe keinen Schuss mehr. Ich habe aber einen Schuss gehört. Der legt jetzt erstmal nach. Der Mosin hat. Oh, ich bin vor, was ist das? Elektro, glaube ich. Das ist genau die Mosin, die du da mit liegen gelassen hast. Ich hingelegt habe. Ich habe Munition rausgenommen. Wieder auf mich. Der wird immer lauter irgendwie, wenn ich das fühle. Ja, ist krass, oder? Das steht ja nicht vor euch. Ich habe mich auch voll erschrocken. Ja, aber jetzt wird das schon schwer, dass du uns trifft. Wenn du denn wackelst dabei. Wie kann man denn so geil sein, an dem Wasser zu töten, ey? Ja, ja. Alles Geier. Ich glaube, ich würde es genauso machen, aber. Na klar. Na, ich glaube, ich glaube nicht. Klar, einfach den Kick. Der schießt auf mich? Ich höre ich keine Schüsse mehr. Doch, der schießt auf mich, glaube ich, wieder. Okay, der schießt auf mich. Aber bist du wieder da? Ja. Ich habe meine Mosin. Ich bin nicht untergegangen. Ob ich gleich auf dem Land bin, vielleicht sehe ich den, aber. Das sind 700 Meter von Land bis zur Insel. Sagst, bist du nicht untergegangen? Weiß ich nicht. Ich war ein bisschen unter Wasser, aber. Der schießt immer noch. Ja, ich weiß, ich mag's. Aje. Wenn er neben mir steht. Wenn es wirklich der Admin ist, dann rächt er sich jetzt gerade, weil man vorhin umgebracht hat. Nur so eine Vermutung. Der muss ja auch erstmal equippen. Als Admin kannst du ja kein Nut geben. Ja. Ist er so sicher? Hm. Glaube ich schon. Er drückt hier immer mehr ab, weil ich immer so lustig wegschwimme. Er schießt immer noch, ist er denn bescheuert? Auf mich, ja. Er schießt immer ins Wasser neben mich. Weil ich hier so rumzappel, links und rechts. Bei mir ist schon alles grau. Ich vermute, ich werde es nicht schaffen, weil ich verblute. Hat er nicht Leonardo DiCaprio gesagt gehabt, als er im Eiswasser lag? Ich werde es nicht schaffen. Und eine halbe Stunde später hat er immer noch gelebt. Jetzt hätte ich ganz gerne meine Mosen. Ja, aber im Wasser bringt die dir nichts. Dann kann man schießen, im Wasser. Nee, aber wenn ich drüben bin. Also schieß dann auch, ich höre nichts mehr. Jetzt ist gut. Dann hat er keine Motion mehr. Aber was bringt ihm das, wenn du uns jetzt wegholzt, weißt du? Er kann es eh nicht looten. Und? Aber bei mir auch egal. Einfach so, ja, eben. Ich sehe ihn, der rennt hoch. Oh. Der rennt Richtung Schornstein jetzt. Der war da. Auf welchem Leuchtturm denn? Wieder unconscious, scheiße. Auf der Insel der Leuchtturm, nicht der da oben, ne? Nein, nein. Ja, er rennt jetzt in alle Richtungen. Ich kann es wieder gerade ausschwimmen. Und ich hatte dieses Festland schon in den Blickfeld. Was, bist du tot? Unconscious wieder. Oh nein. Wurde gerade erschossen. War ich auch. Schönes, schönes Zeug habe ich gehabt. Das war echt nett heute. War echt klasse. Wenn ihr das auch mal erleben wollt. Habe ich das schon gesagt in der Aufnahme? Nee, ich habe auch was gehört. Basti, haben wir nicht ein großes Event bald? Hm. Das müsste eigentlich noch in der Folge machbar sein. Doch. Ja. Noch ein bisschen Provo. Sag es doch einfach in der Folge nochmal. Wir sagen es jetzt nochmal. Ihr könnt mit uns zusammen einen 48 Stunden Marathon durchleben. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Das heißt. Das heißt. Ihr spielt mit uns oder gegen uns auf den Daisy Public Servern. Rüstet euch aus. Nach gewissen Regeln, die wir noch bekannt geben werden dann im Nachhinein. Oh, da ist einer auf dem Berg jetzt auch noch. Ihr schießt immer noch irgendwer. Ja, ganz nah. Das ist immer noch Hotspot. Und auf jeden Fall gibt es dann einen Showdown, wo wir auch noch nicht genau wissen, wo das ist. Wo denn? Und dann geht das große Gabalere los. Ich bin hier im Busch. Und der, der überlebt, der ist der König der Welt. Nicht stehen bleiben. Und wie das Ganze funktioniert, das sagt uns jetzt der Basti. Bei wem muss man sich da melden? Bei Moki oder bei mir? Oder bei Jens? Könnt ihr euch einfach melden oder bei Jens? Wenn ihr da mitmachen wollt. Wo bist du? Ich habe einen Rucksack. Ich liege im Wasser noch. Ich sehe dich. Komm, wir rennen erstmal in die Richtung hier. Welche Richtung? Die hier? Immer noch ein paar Bischö im Hintergrund, ja. Ich glaube nämlich trotzdem, dass der noch von der Küste schießt. Uh, Zombie. Hättest du nicht tot, verdammte Axt. Ehrlich? Ja. Komm in den Wald rein, oben. I'm cold, I'm shaking. I'm completely soaking. Das ist einfach auch so mies, wenn du da schwimmst und einer schießt. Ja, du kannst ja nichts machen, ne? Der hätte ja vorher schon schießen können, Mensch. Ja, eben. Ja, war eigentlich ziemlich schlau, weil so konnten wir uns nicht wehren. Na ja, kommt keiner weg, ne? Wo wir jetzt sind. Aber Axt hat ja auch nix davon, ne? Ne, der hat ja nix davon. Süßes ja. Da ist mir persönlich auch egal. Wenn ihr jetzt drüben seid, wenn ihr euch auf einen anderen Festland abknallt. Verschädigt, Jens. Wir rennen jetzt um den Berg rum, gehen dann den Berg hoch. Dann lege ich mich auf den Berg drauf und snipe nochmal auf die Insel zurück. Der oben ist ein Hirsch oder was? Da rennen die Viecher rum. Aber ich hab nur die Einschläge gehört. Ich hab keinen Schuss gehört. Denk mal, dass du trotzdem von inseln geschossen hast. Oh yeah. Udi, weißt du, wie man Feuer macht? Nein. Hast du ne Axt? Ne Axt? Ja. So, Freunde, die Folge ist schon wieder vorbei. Asti, dein Einsatz. Oh, ja, mein Gott. Ob Goody und Jens ist aus dem Wasser schaffen. Und ob sie den Typen nur einen wegnallen werden. Ob sie uns rechnen können. Ja, genau. Also, ich bin ja gar nicht zu rechnen, weil das ist anderweitig passiert. Aber, lasst uns ein Like da. Guckt die Videos, auch bei den anderen. Bei mir war's jetzt heute nicht so spannend. Da ist einer. Siehste? Guckt jetzt ganz schnell bei Jens vorbei. Aber wir machen schnell die Folge zu einer. Ja, ja. Und wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. Du hast so einen kompletten GD an. Tschüss.